Hallo ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute wollte ich euch die Glossy Box hier noch zeigen. Nicht wundern, ein Littl ist hier. Machen wir einmal die Schleife auf. Hier ist das Heftig zu. Hier ist einmal so eine Naturpflege strahlende Haut. So, machen wir mal auf. Und hier kommen uns gleich von Babo Ampulen entgegen. Ich habe schon Babo Ampulen, ganz viele. Hydra Plus Ampulen, die werden weiter wandern. 19,90 kosten die. So, dann machen wir mal weiter. Hier mit einer Maske, was ist das, glaube ich? Ja, eine Eilmaske. Die ist Originalgröße und würde kosten 49 Euro. Oh, krass. Sind 30 Milliliter. Die Littl ist heute auch fleißig dabei. Dann haben wir hier eine Eilbrau-Gel. Eine Eilbrau-Gel, eine Eilbrau-Gel für 12 Euro. 30,7 Milliliter, ja. Schön teuer. Die Littl will heute die ganze Zeit dabei sein. Nicht wundern. Dann machen wir mal hier mit weiter. Das ist eine Creme fürs Gesicht. Reinigungs-Creme. Ich würde kosten. Originalgröße 25 Euro. Bei 20 Milliliter steht nichts. Das sind 20 Milliliter. Auch sehr gut. Dann machen wir mal weiter. Letztlich geht mal her. Von DARF eine Handcreme. Das nutzt ja mein Mann immer gerne. Handcreme. Die kostet... 1,99 Euro. 75 Milliliter, ja. Sehr schön. Wird er sich freuen. Bin ich mal gespannt. Und zum Schluss. Das ist ein Gotti, glaube ich. Eine Luxus-Tonerdemaske. Ich glaube, das ist die Box. November. Eine kommt noch. Auf jeden Fall sehr schöne Produkte. Sind dabei. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Eure Beauty Puppy. Tschüssi.